Die Staatschefs beklatschen den Abschluss des ersten Tages, doch fehlt einer. US-Präsident Joe Biden kam zu spät. Manche sehen das bereits symbolisch. Biden tritt ab von der internationalen Bühne. Der Tag begann mit einem Erfolg für Brasiliens Präsident Lula da Silva. 81 Länder haben sich seiner Allianz gegen Hunger und Armut angeschlossen. Das wird unser größtes Vermächtnis sein. Es geht nicht nur darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Es ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau einer wohlhabenderen und friedlicheren Welt. Gerecht, so sehen es manche, wäre auch eine Besteuerung von Superreichen, um diese Hilfe zu finanzieren. Demonstrationen gegen den Krieg in Gaza im Zentrum von Rio. Diskussionen über US-amerikanische Raketen gegen Russland. Der Krieg drängte auf den Gipfel. Heute trifft der Kanzler auf China-Staatspräsident Xi Jinping. Für mich wird auch ein wichtiges Thema sein, die Tatsache, dass nordkoreanische Soldaten in Russland stationiert worden sind und in diesen Krieg eingesetzt werden gegen die Ukraine. Das kann nicht hingenommen werden. Am Abend einigten sich die Staatschefs auf eine Abschlusserklärung, die unter anderem den Willen bekräftigt, die Kriege zu beenden und den Klimawandel zu bekämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020